Herzliche Grüße aus dem Stader Rathaus. Viele durchleben durch die Pandemie gerade sehr schwierige Zeiten. Dazu gehören ohne Frage auch die Gastronomie und die Kultur. Darum freue ich mich über Unterstützungsinitiativen, die genau in diese Richtung in unserer Stadt gehen. Dazu gehören auch die Velero Sessions, gestreamte Livemusik aus Stade. Den Auftakt macht dazu heute Abend Inga Wehnert. Ich wäre sehr gerne selbst vor Ort gewesen und hätte den Abend sicherlich genossen mit Blick auf unseren Stadthafen. Das ist aus bekannten Gründen nicht möglich. Deshalb bedanke ich mich als Bürgermeister an dieser Stelle bei allen, die dazu beitragen, dass diese Abende stattfinden können und auch bei allen Unterstützern. Und ein Gruß gilt an alle Wohnzimmer von hier aus. Genießen Sie den Abend! 19. 20. 20. Vielen Dank.